Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der wunderschönen nordrheinischen Marsch, vierfach am Sonntag. Eine wunderschöne wünsche ich euch und der gewohnte Anblick der Twitch-Chat ist natürlich auch wieder dabei, wünsche ich euch auch eine wunderschöne gute Morgen und schreibt erstmal Erster rein, Mahlzeit. Ja, so ist es hier bei uns, wir sind immer noch live auf Twitch, jetzt nicht, wenn ihr das Video gerade guckt wahrscheinlich, nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, freut mich sehr, dass so viele dabei sind, wir schauen gleich mal weiter. So, der hat sich irgendwie festgefahren, fragt mich jetzt nicht warum, ich weiß es nicht, aber der ist auf alle Fälle befreit. Missionen laufen, liebe Leute, Missionen laufen, kann ich euch sagen, sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Ähm, passt, fahre hinter Drescher, mach doch, was du willst. Äh, so. Genau, die Sehmaschine steht still. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es allgemein aussieht mit den ganzen Ansehgeschichten hier. Das muss nicht gepflügt werden, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber Unkraut haben wir am Feld, ne? Wir müssen gucken, dass Unkraut wegkommt. Und das andere Feld, die 14, müssen wir ansehen. Die Frage ist, was sollen wir denn drauf machen auf die 14? Was brauchen wir denn? Tatsächlich Weizen wahrscheinlich, ne? Weizen oder sowas in der Richtung. Hm. Können wir uns aber nochmal überlegen. Wir fahren erstmal rüber mit dem schicken Teil hier. Weizen. Weizen wäre gut. Der Erste. Ich bleibe tatsächlich, glaube ich, bei Weizen, weil das halt sehr, sehr ergiebig ist. Aber, naja, Sonnenblume für die Produktion, so schnell schaffe ich die Produktion nicht. Das wird noch was länger dauern, das kann ich euch sagen. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Weizenrunde. Klein vor allem, ne? Äh, warte mal. Oh, wir müssen das hier auch noch ansehen, ne? Das müssen wir auch noch ansehen. Ja, dann, äh, Prost Mahlzeit und guten Abend. Das dauert jetzt einen Moment, bis das alles fertig ist hier, ne? Wir müssen die kompletten zwei Felder hier ansehen. Mahlzeit! Allrad ist, wenn der Balten gelb ist. Okay, dann können wir den jetzt ausmachen, warte. Warte mal. Der Allrad ist an, wenn der Balten gelb ist. Und aus, wenn er, mach's aus der Straße aus. Ja, ja, ja. Ich hab's ausgemacht. Ich hab's ausgemacht. Mama, ich bin hier auf YouTube. Ja, okay. Ähm, so. Wir nehmen, haben wir denn schon einen Kurs für die Eins? Ich weiß es nicht. Dreschen. Nö. Da müssen wir echt den Ding ans Kurs machen, ne? Feld Nummer der Ohno. Mit, äh, dreimal vorgewendet. Da hab ich mir einfach angewöhnt, weil... Tatsächlich nicht so geil. Da werden wir öfter Probleme bekommen, aber das ist mir eigentlich auch schnuppe. So. Äh. F1. Sehen. Wann das? Neun Meter? Ich steig einfach mal neun Meter rein, ne? Jetzt kann ich mich mit anmachen. Habt ihr recht, warte. Jetzt kann ich mich mit anmachen. Verdammt. Vielleicht schafft's da Klaas auch so. Ja, neun Meter, perfekt. Danke. So, das läuft. Den Kollegen hier müssen wir jetzt mal umbauen. Ja, die rote Meldung. Stimmt, habt ihr recht. Wir haben da nichts mehr drin. Okay, warte. Aus. Wir haben natürlich schon für Nachschub gesorgt, ne? Ist ja ganz klar. Ah, guck mal. Der kommt immer näher hier. Sehr, sehr coole Sache. Der Werner braucht für ein paar Mots noch Nachhilfe. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das ist nochmal gut gegangen. Oh, oh. Ist nochmal gut gegangen. Geht sich das aus? Ja, geht sich aus. Sehr gut. Let's drift. Drift. Das ist der Drift-Simulator 2019, liebe Leute. Grüße. Machen wir kurz, wie es voll ist. Dann geht es wieder weiter. Ich trinke nochmal ein Schlückchen Kaffee, ne? Ich habe hier kalten Kaffee von Emi aus der Schweiz. Grüße in die Schweiz. Schon wieder irgendetwas, der hier Probleme macht, ne? Meine Güte. So. Grüße zurück. Wow, der Schweizer. Wow, der Schweizer. So. Ja, du brauchst nicht drücken. Das wird hier nichts. So. Läuft. Den. Den wollte ich umkomputurieren. Produktionen machen wir gleich, ne? Produktionen machen wir gleich. Wir müssen doch gucken, dass er jetzt ein bisschen am Laufen bleibt hier. Äh. Nimm mal diese Schweizer. Ja, ich sage dir das. Ich würde sagen, wir ändern den mal um auf Pflegebereitung. So. Reparieren muss er sich auch wieder mal. Konfigurieren, reparieren und so weiter und so fort. Äh. Reifen-Variante, Pflegebereitung. Danke. Muss ja auch sein, ne? Grüße aus dem Ruhrpott. Oh, du kommst aus dem Ruhrpott. Schönes Ding. Grüße aus dem Steiermark. Ah, da war ich auch schon mal. So. Brauche ich jetzt dann den Fronttank? Jawohl. Deutsch können sie nicht. Ne. Was? Was? Hallo? Lassen wir die Schweizer in Ruhe. Die Schweizer. Die Schweizer sind, muss ich sagen, sehr gönnerhaft. Ich weiß nicht, warum, aber... Ja, weil die einfach ein Vermögen verdienen wahrscheinlich. Der Simon ist da. Guten Abend, Simon. Mahlzeit. Simon, du bist live in einer Aufnahme. Oh Gott, es leckt. Hä? 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 Ich fahr vorwärts und er fährt rückwärts? Ist der Tank so schwer? Wait. Ey, was ist das denn für ein Bug, bitte? Das funktioniert, ne? Das ist alles Tutti Frutti. Jetzt fahr ich hier ran. Gebe Gas. Er fährt nach hinten. Warte mal, habe ich irgendwie was kaputt gemacht? Ah, der Vorntag ist zu schwer wahrscheinlich, ne? Ah, ja. Das kann sein. Oh ja, warte, wir kuppeln mal so erst hinten an, ne? Entschuldigung. Aua. Nee, du. Es ist Sonntag. Simon, wie geht es dir denn am Sonntag? Doch klar, dass es halt Sonntag ist, ne? So, jetzt vielleicht besser? Jetzt ist besser. Komische Geschichte, ne? Okay, wir fahren erst mal rüber und werden erst mal gucken, dass wir das Unkraut wegbekommen. Ich glaube, wir haben schon mal so einen Spritzkurs gemacht. Das klingt falsch. Wir haben schon was, glaube ich, wir haben, ja. Feld Nummer zwei. Hier, guck mal, spritzen. Bin ich im Fernsehen? Natürlich bist du im Fernsehen. Hallo? Ah, wir haben hier angefangen, ey. Ich bin einfach ein Genie, ne? Warte, warte, warte. Ich mache Allrad an für euch, okay? Allrad ist an. Gift. Wir brauchen mehr Gift. Weiß noch genau, ne? Ich habe Paul mal gefragt, äh, wegen, wegen Striegel, ne? Sagt er, wir haben kein Striegel, wir haben nur Gift. So, let's gift. Let's gift is. Dipsperre sind aus. Mir wurde gesagt, wenn's rot ist, ist aus. Wenn's gelb ist, ist es an. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt, ne? So. Ach, Mist, morgen wurde Montag. Ja, ich weiß. Es ist einfach eine Katastrophe, ne? Es ist eine Katastrophe. So, Nico, Dankeschön für deinen Sub, mein Bester. Herzlichen Dank für deinen wunderschönen Support. Dankeschön. Das gute Glüsse... Glüter... Irgendwas mit Saat. So, liebe Leute, wir werden jetzt Mehl verkaufen, ne? Wir werden jetzt Mehl verkaufen, da geht einfach kein Weg dran vorbei. Ich habe große Pläne, ne? Die habe ich würdig. Mein rot ist jetzt an. Ah, schlecht. Grüßt nach Brandenburg. Grüßt zurück nach Brandenburg. Der Ideal-Check im Verkehr fährt das nicht gut. Warum macht er denn so was? Wie geht das mit den Subs? Äh... Boah, das weiß ich selber nicht. Ich glaube, da steht irgendwo bei Twitch oben, abonnieren. Ich glaube, da steht abonnieren. Hallo, hallo, nicht streiten. Jeder kommt mal ran. Oh, hat er aber schön gemeistert bisher, ne? DIN A1? Ja, das stimmt. DIN A1. Sind das immer die Pläne, weißt du? So, lass mal den Abfahrer hier wegschicken. Geh weg! Nicht ins Wasser rein. Was ist das? Fahr nicht jetzt... Du, ist ja, aber... Guck mal, also es ist wunderschöne Sonnenblumen haben wir hier, ne? Wunderschöne... Muss man sagen, Sonnenblumen sehr... Oh Gott. Der hat aber auch getrunken, ne? Da könnte er Ron sein, du. Ähm... Oh, was ist nie los? Schmacksel. Dankeschön für deinen gegifteten Sub an den K515. Dankeschön. Herzlichen Dank. Michael, schreib nochmal die Nachricht rein. Ich hab's nicht gesehen. Nicht hinzünden. Einfach fahren lassen. Das... Das wird schon gut gehen, sag ich ja. So, wie sieht denn eigentlich der Kurs hier aus? Ah ja, bin ich eh richtig. So. Äh, jetzt müssen wir gleich nochmal was machen. Äh, ähm... Guckt euch mal an, wie sauber hier gespritzt wird. Das ist schon wunderbar, ne? Die Technik heutzutage... Also... Wahnsinn. Gleichmäßig ohne Probleme. Was machst du hier eigentlich, Alter? Das ist doch gar nicht dein Feld. Ja. Komm schon. Er hat dich aber auch festgefahren hier. Was ist denn das? Komm schon, die gute alte Esmen hier muss man ja hier rauskommen. Ah, das ist wieder hier blöd, weißt du? Warum macht er denn so einen Blödsinn hier? Alter, das sind schon die, zeig mal, was du kannst. Ei, 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 ei. Nein, Michael. Bitte. Nee. Komm raus. Du darfst nicht mehr spielen im Wasser. Komm jetzt raus. Ah, wie mich sowas ankotzt, ne? Das ist echt schlimm. Wenn die Fahrer sich irgendwo fest... Nee, nee, nee. Oh. Er mag Wasser. Weißt du, das ist so, wie so ein, wie so ein... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, nein. Werner macht es nicht schlimmer jetzt noch. Ah. Ja. Schön, schön. Ihr seht schon, das wird was. Warte mal, wo sind wir hier denn eigentlich? Der ist komplett auf die andere Seite. Warte mal, das muss man jetzt elegant machen. Ai, 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 ai. Oh, nö. Ach, jetzt komm. Ah, oh. Liebe Zuschauer, die nachfolgende Sendung verspillt sich um 50 Stunden. Das Gute ist, dass Joskin einen sehr, sehr stabilen Wagenbau hat und deswegen wird er einfach rumschubsen können, weißt du? Und das am Sonntag. Nee, doch. Nee. Alter, schieb das Ding doch einfach rüber. Das ist echt eine Entschäuschung, muss ich sagen. Ich glaube, du kannst vorne keinen Kugelkopf anhängen. Glaube ich. Das ist einfach nur ein Verdacht. Ich weiß nicht, ob sich der Verdacht erhärtet. Durchdrehen die Reifen. Ja, heute drehen alle am Rad hier. Komm. Ja, ja, ja. Komm. Ja, du willst das doch auch. Komm. Ja. Sehr gut. So, warte mal. Ich möchte hier mal. Wohin fährst du jetzt? Der ist nach links abbiegst. Da bekomme ich einen cholerischen Anfall. Kollege, das ist nicht gut, was du da machst, ne? Ich weiß nicht, wohin du willst, aber... Warte mal, wir machen das anders. I have an idea. Rufen. Aha. Ne? 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 Warte, warte. Nein. Du bist gerufen. Nein. Fahr jetzt anders. Böse. Aus. Oh Gott. Alles gut. Hab's im Griff. Der ist eher sowas von Lebensmüde, ne? Ich weiß ja auch nicht, wo der hin will. Jetzt biegt er nach rechts ab, warte. Hä, wo willst du denn hin, Alter? Jetzt mal ganz ehrlich. Wohin will denn der? Da ist Graben und Straße und so. Der läuft die Straße hoch, ne? Ich muss den jetzt einmal von Hand rüberfahren. Ja, der will zu reif heißen. Da haben wir schon... Warte mal. Wir machen das anders. Aha. Aber zumindest haben wir eine gute Musik heute hier, ne? Das ist ein Jolly, der wird nicht baden gegangen. Er will nur die Werkstatt. Ich glaube, er will einfach nur in die Garage. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Da kann ich mir vorstellen, du. Ja, ihr habt recht. Das ist der falsche Modus. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt den Modus geht. Habe ich irgendwie draufgeklickt mit meinen Wurstfingern? Kannst du haben, ne? Bitte, bitte, bieg rechts ab. Nein, tu es nicht. Du willst es doch auch nicht. Da ist doch keine Straße. Jetzt mach doch nicht diesen. Nein. Würde nicht. Das ist so, wie du ein junges Kätzchen beibringen willst, dass du es in so eine Katzen-Dingens macht, ne? Ja, 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 bitte, bitte, bitte spüre es. Keine drei Stunden Reichweite. Ah, danke schön. Das hat doch gar nicht lange gedauert oder so. Aha, ja, El Clasico ist wieder da. Ah, liebe Leute, ich bin sehr froh, dass wir jetzt schon fertig sind für den heutigen Tag. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen rumgefahren. Ja, ähm, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wohin wirst du denn jetzt? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bereits schon morgen wieder zu einer weiteren Folge, äh, hier auf der wunderschönen, unvergleichbaren, äh, nordrischischen Marsch. Vierfach. Es kann sein, es kann sein, dass wir heute Nachmittag nochmal streamen. Mal schauen, mal schauen. Aber Hof Bergmann Vorbereitung wurde sich sehr viel gewünscht und können wir sehr, sehr gerne machen. Schaut gerne mal rum, schaut gerne vorbei und, äh, bis demnächst. Macht es gut und ciao, ciao.